Als kleines Dankeschön gibt es die nur noch auf der Leber, wenn du es findest, oh? Ja, ich finde die schon noch, meine, oder? Dankeschön. Kein Problem. Das ist doch geil. Ich habe nur noch alles gekauft. Aber erstmal müssen wir ja was pinken und auch bläbend rauskommen. Bläbend rauskommen, ja. Das ist ein Ripper. Was denn? Du kriegst ja auch welche Cracker. Achso. Das knirscht übelst, Alter. Oh, draußen. Statt, was? Ja. Das sind Spieler. Ja. Ein Stockloskaps. Noch einmal. Stockloskaps. Noch einmal. Kommst du? Nein, ich kann hinterher. Ah, okay. Lass mal hier. Ja, ich habe rechts. Okay. Da kriegt draußen. Hast du? Habe ich. Ein Pilgrim gab es ja. Okay. Okay. Noch einmal. Dann wartet ein Spieler und dann wartet vielleicht gar kein Skeft. Meinst du auch, dass sich dazwischen die Skefts gemischt hat? Ja, ich weiß es nicht. Was war denn? Habe ich. Okay. Wo ist das jetzt? Ein Gefts. Ein Geft allein macht noch keinen Ray. Es gibt aber drei tote Gefts. Ja? Da erinnerst du ja. Oh. Das sind aber jetzt Spieler, würde ich sagen. Ja. Würd ich hier nicht sein. Ich will hier auch nicht sein. Das Jäger-Ding haben wir hier abgeholt, oder? Nee. Ach, haben wir noch nicht? Nee. Das brauchen wir ja noch. Er ist ja draußen, er schleicht draußen an der Mauer lang. Mhm. Ich bin jetzt hinten am Zeit, und da passen wir doch fast. Okay, sehr gut. Ein Stim, ja, aber geil, es ist Grizzly. Ich gucke mal zu meinem Pilgrimmenmann, da ist es klappt. Ich gucke mal zu meinem Pilgrimmenmann, da ist es so. Ich gucke mal an, ich gucke mal an, ich gucke mal an. Ich gucke mal an, ich gucke mal an. Ich gucke mal an, ich gucke mal an. Mir soll es recht sein, ich gucke mal an. Ja, so sieht es aus. Ich gucke mal an, ich gucke mal an. Ich gucke mal an, ich gucke mal an. Ich gucke mal an, ich gucke mal an. Wie viel Dinger brauchen das Teil? Level 9 war der Kerl. Ich glaube, was er hinterfällt. Was hast du eigentlich? Nur hier an der Kiste, wo ich den erschossen habe. Hier zwischen dem Auto und der Kiste. Also wir brauchen das Degerteil noch, sagst du? Ja. Wir sind ja vor uns abgegangen, wo wir in die Futsch waren. Stimmt, du hast recht. Da ist nichts mehr. Wie viel biete ich denn jetzt eigentlich? 47? Ja. Wann ich die? Ach ja. Benzinkanister raus. Ja. Ja, hier ist schon überall drin rumgestochert. Blei. Die Kisten sind alle leer. Na ja, lass uns. Oh, da hinten noch was getossen. Lass uns hier. Ach, lebt jetzt doch. Das ist alles gut. Die Kiste ist. Ja, das war. Das ist alles gut. Okay. Schießt doch nach vorne oder holt das? Ja ja, ganz in der Nähe. In den Fällen schon oder so? Na los hol deinen Brief ab, oh ich hab keine Cola eingestellt. Nein. Puh. 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 Also komm her, komm her, mach mich. Oh, ich habe. Jetzt kommen wir raus. Wo ist am nächsten? Ja, am nächsten ist hier unten. Am Sägewerk vorbei. Wollen wir Sägewerk bis hier? Na ja. Gute Frage. Ich habe keine Kohle mit. Also aus kann ich nicht aus. 6900 habe ich. Das reicht nicht. Na los, mit denen. Das war aus dem Stocker. Nützt ja nicht. Oder wir rennen die andere Seite zum Auskürz hin. Aus haltem Umweg. Und da oben noch geballert. Ja, ja. Also hier unten, danke. Würde ich erst mal sagen. Ja. Wenn sie uns nicht direkt überraschen, haben wir doch relativ gute Chancen mit denen. Ja. Alles recht hinter uns. Ja. Also Also Ich hoffe, dass da keiner schillend irgendwo in der Gegend rumhängt Oh doch, da oben Nein Nein Alter Oh mir geht's nicht gut Lauf Blei, lauf! Ich kann nicht mehr rennen Hast du einen Penkeller? Ja Dann zieht der Penkeller rein und dann Feuer frei Schnell, bevor die pushen Keine Chance tut Nein Alter, solche Wichser, Alter Mann, diese Arschlöcher Mit was schießen denn die? Ey solche Arschlöcher, Alter Was? Alter Gib mir da mit Bauchhümer Ich bin mir auch hier, aber gerade einer ist hell abgezogen, Alter Zeit, Alter Ja Weih, Alter Hast du immer das Ding Troffen ist er? Ja Ja, okay Ich bin auch dort Scheiße, hätte ich mal gekämpft lieber Ach, Mann Aber ich hab noch so eine Ratte abgeknallt Das war der Idiot Mit der Waffe Aber der Da oben Da hat mir auch einer wieder zusammen geschossen, Alter Ja, genau der Mit was hat denn er geschossen, Alter? Der hat mich erschossen gerade noch Mhm Ziehen wir das? PST, GZH Ey, willst du mich verarschen, Alter? Ja Ja Blutung Wie der gemacht hat Ja Die Entfernung, aber Was hat denn da geschossen? Ich mein, das ist 9,19 Oder was schießt man da? Die PP Auf die Entfernung, also Ich weiß, was wir da geschossen haben Hättere oder was? Hättere Hättere oder was sie mit Angelegen Watt Hättere oder was sie mit Angelegen klar